Antonio Lauro und Alirio Díaz sind zwei Namen, zwei Künstler, die aus der Kultur der klassischen Gitarre nicht wegzudenken ist. Jeder, der sich ernsthaft mit dem Repertoire der Gitarre der letzten 100 Jahre beschäftigt, wird finden, dass dieser Komponist Lauro und sein Interpret Alirio Díaz einen unschätzbaren Wert in die Kultur dieses Instrumentes eingebracht haben. Und es war lange an der Zeit, diesem eine Ehrung zu erweisen. Deswegen bin ich umso begeisterter von der Idee von Jean Jiménez, diese Dokumentation über die beiden großen Künstler zu machen. Und ich hoffe, er wird seine entsprechende Resonanz finden. Künstler in der Mitte Künstler in der Mitte Künstler nachvollziehen Künstler in der Mitte